Herzlich Willkommen bei Volkswagen in Zwickau. Schön, dass Sie dabei sind beim Start der Produktion des ID.4. Das ist das erste rein elektrisch angetriebene Kompakt-SUV von Volkswagen. Und nach dem ID.3 ist es auch das zweite Modell der ID-Familie, made in Sachsen. Ja, es ist klar zu merken, beim Thema E-Mobilität macht Volkswagen Tempo, emissionsfrei, geräuschlos, elektrisch. Und das trotz Corona und ganz vieler Unwägbarkeiten, die die letzten Wochen so mit sich gebracht haben. Und der Standort Zwickau spielt bei diesen Plänen eine ganz entscheidende Rolle. Denn erstmals wird eine so große Autofabrik komplett auf Elektromobilität umgerüstet. Ab dem kommenden Jahr werden es bereits bis zu 330.000 Autos pro Jahr sein. Dafür wurde umgerüstet und auch neu gebaut für rund 1,2 Milliarden Euro. Das ist eine beeindruckende Summe. Und das hier sind beeindruckende Bilder. Das ist eine beeindruckende Summe. Und das ist eine beeindruckende Summe. Das Ziel von Volkswagen ist sehr engagiert. und heißt nicht weniger als Weltmarktführer in Sachen E-Mobilität. Und um in den nächsten fünf Jahren an die Spitze der E-Mobilität vorzustoßen, muss sich die Marke weiter kräftig wandeln. Ich begrüße nun den Mann, der das alles verantwortlich vorantreibt und umsetzen will, den neuen Markenchef von Volkswagen, Ralf Brandstetter. Hallo, Herr Brandstetter. Hallo, Frau Tesner. Herr Brandstetter, da haben Sie sich einiges vorgenommen. Wie wollen Sie das denn umsetzen? Frau Tesner, das ist natürlich keine Aufgabe für einen Einzelnen, sondern eine Aufgabe, die wir mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Volkswagen angehen. Und das machen wir so, wie wir es schon immer gemacht haben, bei großen Aufgaben. Und diese Transformation ist ja so eine. Wir machen das gemeinsam, packen gemeinsam an, machen das mit viel Leidenschaft und Liebe zum Produkt und natürlich auch mit dem Willen zum Erfolg. Und erfolgreich sind wir dann, wenn wir Autos zum Kunden bringen, die unsere Kunden begeistern. Und hier dieser Standort Zwickau ist ein gutes Beispiel für die Transformation. Innerhalb der letzten zwei Jahre war es ein Kraftakt, diesen Standort umzubauen von einem Verbrennerstandort. Und nun werden hier nur noch ausschließlich Elektrofahrzeuge gebaut. Der Standort hier wird die größte Fabrik Europas sein, die Elektrofahrzeuge baut. Sozusagen das Herz unserer Elektrooffensive. Sind wir mit der ID-Familie denn auf dem richtigen Weg? Voll und ganz natürlich. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin heute Morgen aus Braunschweig nach Zwickau mit dem ID.3 gefahren. Und das war ein absolut klasse Fahrerlebnis. Der ID.3 und der ID.4 sind ja jetzt die ersten beiden Modelle von Volkswagen, die finanziell CO2-neutral ausgeliefert werden zum Kunden. Bis 2050 soll sogar das komplette Unternehmen CO2-neutral aufgestellt sein. Der Klimawandel ist natürlich da und nicht weg. Und dieser Klimawandel bleibt eine große Herausforderung für die Menschheit. Und deswegen haben wir uns ja als erster Volumenhersteller auch zum Pariser Klimaabkommen verpflichtet. Und natürlich gehen wir diese ambitionierten CO2-Ziele in Europa konsequent an, was wir im Übrigen auch begrüßen. Und ich darf sagen, im laufenden Jahr werden wir den durchschnittlichen CO2-Ausstoß unserer Flotte bereits um 25 Gramm pro Kilometer senken. Das ist ein großer Schritt. Und gerade der vollelektrische ID.3 oder die ganze ID-Familie mit seinen Modellen aus Zwickau wird maßgeblich dazu beitragen. Sie haben es gesagt und wir haben es auch im Film schon gesehen. Denn Zwickau, der Standort Zwickau, erfindet sich ja gerade komplett neu. Aber so eine Transformation, die kostet natürlich auch viel Geld. Lohnt sich das denn? Ja, Frau Tessow, davon bin ich überzeugt. Der Weg zur Elektromobilität, den geben wir konsequent. Unsere Zukunft ist sozusagen elektrisch, vollvernetzt und CO2-neutral. Und der ID.3 ist ein ganz wichtiger Baustein in unserem Modellportfolio und auch wichtiger Bestandteil unserer Strategie 2025+. Die erste Phase dieser Strategie, die haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen. Jetzt sind wir mit Volkswagen dabei, in diese zweite Phase einzusteigen, nämlich auf dem Weg zur emissionsfreien Mobilität für alle. Wir investieren 11 Milliarden Euro in Elektromobilität. Wir wollen bis 2025 mindestens 1,5 Millionen Elektroautos pro Jahr an Kunden verkaufen. Und ich denke, das ist ein ganz klares Commitment von Volkswagen zur Elektromobilität. Sie haben sich jetzt schon in die weite Zukunft geschaut. Lassen Sie uns mal in die ganz nahe Zukunft schauen. Wie geht es denn weiter mit der ID-Familie? Ja, nach 3 kommt 4. Also nach dem ID.3 kommt der ID.4, unser erster SUV auf Basis des modularen Elektrobaukastens. Und kurz gesagt 100% SUV, 100% elektrisch. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns gleich nochmal am Fahrzeug wieder. Und wie das neueste Mitglied der ID.Familie aussehen wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. Bis zum nächsten Mal. Zugegeben, er hat noch sein Tarnmäntelchen an, aber das werden wir jetzt ein kleines bisschen lupfen. Denn auch international laufen die Vorbereitungen zum Anlauf der ID-Familie auf Hochtouren. Und bei mir ist jetzt der Mobilitätsvorstand Thomas Ulbricht. Herr Ulbricht, wie happy sind Sie denn mit den Vorbereitungen zum ID.4? Oh nein, ich meine an einem Tag wie heute, da kann man nur happy sein, weil unsere Vorbereitungen auf den ID.4, die laufen hervorragend. Wir sind gut im Zeitplan, auch allgemein mit dem ganzen Thema unserer Hochfahrstrategie für E-Mobilität. Und das sind schon bewegende Zeiten, muss man so sagen, weil wenn ich daran zurückdenke, ist es noch gar nicht so lange her, da haben wir den letzten Verbrenner hier aus dem Werk gefahren. Und spätestens da ist eigentlich jedem klar geworden, hier findet jetzt gerade der Systemwechsel statt vom Verbrenner hin zur E-Mobilität. Und jetzt startet der ID.4 durch. Das wird noch anfangs sukzessive gehen, aber ab dem nächsten Jahr bringen wir dann hier weit über 300.000 E-Fahrzeuge jährlich aus Zwickau. Ich habe Sie neulich in einer internen Runde sagen hören, der ID.4, das sei ein echtes Weltauto. Wie meinen Sie das? Zwickau ist ja nur der erste Standort für den ID.4, weil der ID.4 wird wenige Monate später dann auch in China ausgerollt und da sogar in zwei Standorten. Und das noch nicht genug, weil der ID.4 wird dann auch aus den USA kommen, allerdings mit einem guten Jahr Versatz. Zuerst wird er aus Zwickau beliefert und damit ist der ID.4 quasi ein Weltauto, weil er wird in mehreren Kontinenten gebaut und mit einem großen Volumen. Und ich denke, das liegt auch gut im Trend der Zeit, weil SUVs können auch elektrisch sein und machen richtig Spaß. Jetzt wird der ID.4 ja bilanziell CO2-neutral produziert. Wie ist das denn möglich? Naja, da muss man sich schon früh mit auseinandersetzen, wenn man so ein Auto bilanziell komplett CO2-neutral bringen will. Weil Sie müssen eigentlich von Anfang an erstmal CO2 vermeiden in der Entstehung. Dann, was bleibt, müssen Sie dann zumindest noch maximal reduzieren. Und alles, was Sie nicht reduzieren können, müssen Sie kompensieren. Das heißt, wir haben schon vor zweieinhalb, drei Jahren angefangen, die komplette Supply Chain durchzuräumen. Wir haben hier das Werk Zwickau umgestellt auf Grünstrom und so kommt man sukzessive dahin, dass der kompensierbare Rest, den man braucht, um das Fahrzeug bilanziell CO2-neutral zu machen, dass der überblickbar und handelbar ist. Und wenn dann der Kunde noch den Grünstrom nimmt, dann hat er quasi die Sicherheit, dass er CO2-freie Automobilität hat. Dann kommt er quasi ohne Rucksack, ohne CO2-Rucksack und wird dann auch über den Lebenszyklus mit Grünstrom beladen. Jetzt weiß ich, es ist natürlich heute der Produktionsstart und nicht die Weltprämiere des ID.4. Können wir denn trotzdem schon mal ein paar kleinere Details von diesem Auto von Ihnen erfahren? Wir sind ja quasi unter uns. Naja, also sagen wir mal so, das Wichtigste ist erstmal, der ID.4 basiert auch auf dem MEB, auf dem modularen Elektrobaukasten von Volkswagen. Weil das ist extrem optimiert auf reine E-Fahrzeuge, hat einen tiefen Schwerpunkt, eine super Fahrdynamik damit, eine richtig gute Beschleunigung. Und damit ist es ein Auto, das einfach viel Spaß macht. Und wir werden das Auto auch ausrüsten mit Features, die in die Zukunft zeigen, von AR-Technologien bis hin zu Online-Services, die sicherlich nicht normal alltäglich sind. Und damit ist der ID.4 auf jeden Fall eine weitere Bereicherung. Vielen Dank, Herr Ulbrich, für das Gespräch. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr und steigert auch die Vorfreude nochmal auf den ersten ID.4, der gleich vom Band läuft. Und sozusagen im Maschinenraum dieser Fabrik befindet sich jetzt mein Kollege Carsten Krebs. Und wir schalten jetzt direkt in die Produktion des ID.4. Carsten, seid ihr soweit? Danke, Sina. Wir sind hier in der Montagehalle 5 im Herzstück des Fahrzeugwerkes in Zwickau. Hinter mir läuft gerade die Batterie vom Band. Diese wird genutzt für den ID.3, aber auch für den ID.4. Gerade eben wurde die Hinter- und die Vorderachse auf den Fahrwerkrahmen aufgelegt. Jetzt wird noch verkabelt. Ich stehe hier mit Jens Rote, dem Betriebsratsvorsitzenden. Hallo, Herr Rote. Hallo. Ja, heute ein besonderer Tag. SOP, ID.4. Schon wieder ein besonderer Tag. Wie ist die Stimmung hier in Zwickau? Ja, die Stimmung ist gut. Man bedenkt, dass wir vor knapp neun Monaten hier teilweise noch eine Großbaustelle hatten. Vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr den SOP vom ID.3 hatten. Jetzt den offiziellen Start vom ID.4. Ist schon was Besonderes für die Mannschaft. Wir haben viel in fachliche und überfachliche Qualifikationen investiert. Der Standort wächst. Die Kapazität wird gesteigert. Es sind überall Veränderungen spürbar. Ist ein gutes Signal für die Mannschaft. Und ich denke, aufgrund der Qualifizierung und Anforderungen ist die Mannschaft gut vorbereitet. Manchmal hat man das Gefühl, die ganze Welt blickt auf Zwickau. Sind sich die Mitarbeiter der ganzen Verantwortung bewusst? Ja, wir waren uns frühzeitig im Klaren darüber, dass wir sozusagen Eisbrecher für ein Konzern werden. Wir sind der erste Standort, der komplett auf vollelektrische Großserie umgestellt wird. Ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Ansporn. Wie gesagt, die Mannschaft ist gut qualifiziert. Hat in den letzten 30 Jahren unter der Flagge von Volkswagen hier einen Top-Job gemacht. Hat sich das Vertrauen erarbeitet. Und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen für die Anläufe, die noch vor uns liegen. Schließlich ist das ja nicht der Letzte. Da wird ja noch einiges kommen. Besten Dank, Herr Rote. Ich habe das Gefühl, wir sind hier ready. Wir können starten. Zurück zu dir, Sina. Vielen Dank, Carsten, für diese Eindrücke. Ja, so langsam wird es spannend. Der erste ID.4 wird hier gleich vom Band laufen. Noch ist aber Zeit für meinen nächsten Gast. Bei mir ist der Geschäftsführer von Volkswagen Sachsen, Reinhard de Vries. Hallo, Herr de Vries. Hallo. Letztes Jahr der ID.3, dieses Jahr der ID.4. Was bewegt Sie in solchen Momenten? Ja, wir freuen uns. Der Standort ist stolz. Ich bin stolz, dass wir das nächste Fahrzeug auf den Punkt gebracht haben zum Serienstart. Wie Sie gesagt haben, im letzten Jahr der ID.3, jetzt der ID.4 und es war eine Menge Arbeit, weil wir sprechen ja über ein komplett neues Auto. Wir haben eine neue Plattform, wir haben ein neues Design und wir haben neue Software im Fahrzeug. Das bedingt auch neue Produktionsprozesse. Demzufolge war es eine Riesenherausforderung für uns. Wir haben das gemeistert und ich gehe auch davon aus, dass wir die nächsten Meilensteine meistern werden, im Plan bleiben und dafür sorgen, dass das tolle Produkt der ID.4 auch ein toller Markterfolg wird. Sie haben die Herausforderungen eben gerade schon angesprochen. Über den gesamten Projektverlauf betrachtet, was waren das für Herausforderungen? Ja, wenn wir ganz vorne anfangen, dieses Projekt ist ja kein Projekt auf der grünen Wiese. Wir mussten die Fabrik transformieren in alten Fabrikstrukturen. Und das haben wir getan, wenn man so will, wie ein Umziehen im Kleiderschrank. Und das war auch eine Herausforderung für die Gemeinschaft. Ganz davon abgesehen, dass ja die Produktion des alten Golfs noch parallel weiterlief. Der letzte Golf ist erst vor einigen Wochen hier vom Band gelaufen. Und das parallel zu steuern, zu fahren und zu produzieren und ins Ziel zu bringen, das war schon eine grandiose Leistung und Kompliment an die Mannschaft. Aber wenn man weiß, dass jetzt noch vier weitere Modelle kommen, die wir in den nächsten Monaten hier auch zum SOP bringen müssen, und wir damit quasi alle drei bis sechs Monate einen neuen SOP, einen neuen Start of Production haben, dann spreche ich von Herausforderungen und dann wissen wir, was noch auf uns zukommt. Aber ich sage nochmal, wir sind jetzt im Plan. Wir gehen davon aus, dass wir im Plan bleiben und die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreichen. Herr de Vries, ich wünsche Ihnen und Ihrem Team ganz viel Erfolg bei dieser sehr, sehr großen Aufgabe. Und nun ist der große Moment auch schon gekommen. Das sollten wir uns jetzt aus der Nähe anschauen. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, wir feiern heute den Produktionsstart des AID 4 und nicht die Weltpremiere. Deshalb gibt es jetzt erst mal nur einen ganz kleinen Blick durchs Schlüsselloch. Und ich sehe, hier wird gerade noch geprüft. Hallo, Sina Teslo ist mein Name. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Kerstin Goblisch. Und was machen Sie da? Ich überprüfe die Oberfläche und die Anbauteile bei diesem Fahrzeug. Und im Anschluss wird dann das Qualitätssiegel geklebt und erteilt. Und dann geht das Fahrzeug zum Kunde. Jetzt haben Sie eben gerade über Qualitätssiegel gesprochen. Können wir das mal sehen? Okay, das haben wir immer bei uns. Okay, und ist das Fahrzeug denn jetzt schon so weit, dass es das bekommen kann? Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Okay, dann walten Sie Ihres Amtes. Jawohl. Vielen Dank, sehr gut. Herr Brandstetter, wir haben gesagt, wir sehen uns nochmal wieder am Fahrzeug. Das ist er. Ja, das ist er. Und die Kollegin hat ja gerade die Freigabe erteilt, dass jetzt das Fahrzeug sozusagen zum Kunden kann. Aber bevor es zum Kunden kann, brauchen wir noch Weltpremiere feiern. Und da schicken wir ihn jetzt hin. Und ich habe jetzt das Vergnügen, dass ich ihn als erstes fahren darf. Da beneide ich Sie ein bisschen drum. Vielen Dank. Viel Spaß. Ja, der erste ID.4 Made in Sachsen trägt jetzt auch noch den Zusatz gefahren von Ralf Brandstetter. Das ist doch mal was. Und das war es fast mit unserem Produktionsstart des ID.4 Hinswickau. Denn ein Gratulant darf natürlich nicht fehlen. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Nach dem ID.3 kommt jetzt der ID.4. Ein großartiges Fahrzeug. Ein richtiger Volkswagen. Klasse Technologie. Super Optik. Erstklassige Verarbeitung. Und das Ganze Made in Sachsen nehmen. Ich wünsche dem Fahrzeug und allen, die daran arbeiten, viel Erfolg und viele, viele Kunden. Und mit dem Grußwort von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verabschieden wir uns für heute vom Produktionsstart des ID.4. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben auch Sie unterhalten und informiert. Mehr Infos rund um das Thema Elektromobilität finden Sie auch auf unserem Volkswagen Newsroom. Da gibt es auch die ganze Sendung nochmal zum Reinklicken. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Volkswagen Volkswagen